Hallo Lieben, schön dass ihr wieder dabei seid. Im heutigen Video gibt es ein Rezept zu dieser leckeren Kürbisspaghetti Pfanne, verfeinert mit Pistazie und Speck. Ich wünsche euch nun viel Spaß dabei und los geht's. Wir benötigen natürlich unsere Hauptzutaten, nämlich einen Kürbis. Ich verwende einen Hokkaido-Kürbis. Dieser kommt direkt aus unserem Garten, wiegt rund 1 kg und ich werde die ganze Kürbissauce für 500 g Spaghetti zubereiten. Ihr könnt natürlich das Ganze dann auch einfrieren, falls die Portion für euch zu viel ist. Da wir einen Hokkaido-Kürbis verwenden, können wir die Schale mitessen. Deshalb schaut erstmal, dass ihr den Kürbis schön sauber macht. Dann halbiert ihr und entkernt ihn und schneidet ihn in ca. 1-2 cm dicke Scheiben zurecht. Denn je nachdem, wie dick oder dünn ihr die Scheiben zurechtschneidet, desto länger oder kürzer braucht das Ganze nachher im Backofen. Dann kommt noch eine Paprika, halbieren und wieder in größere Stücke zurechtschneiden. Den Kürbis und die Paprika geben wir nun auf ein Backblech. Dann kommt etwas Öl drüber, Salz und Pfeffer und wenn ihr wollt auch noch Kräuter. Nun kommt es bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 20-35 Minuten in den Backofen hinein. Und in der Zwischenzeit rösten wir eine Handvoll Cashewkerne an und zerkleinern rund 1-2 Esslöffel Pistazien. In eine Pfanne geben wir 1 Esslöffel Honig hinein und Speckwürfel oder Speckstreifen, so viel wie ihr mögt. Das wird dann schön angebraten, dazu kommt dann noch ein Esslöffel Tomatenmark, ist optional, finde ich aber lecker und schön anbraten, bis es euch gefällt und schön knusprig ist. Mittlerweile müsst ihr dann auch euer Ofengemüse durch sein und dann müsst ihr das Ganze entweder pürieren oder gebt es portionsweise in einen Mixer hinein, so wie ich. Einfach schön zerkleinern, dass ihr einfach einen Brei habt, dazu gebt ihr dann einen Becher Hüttenkäse und auch Frischkäse hinzu. Je nachdem könnt ihr auch etwas weglassen oder eben durch etwas anderes ergänzen. Dann habt ihr schon einen leckeren Kürbisbrei, den kann man natürlich so dann auch essen. Aber wir möchten natürlich eine Soße haben, deshalb kommen noch rund 150 Milliliter Schlagsahne dazu. Jetzt werden unsere Spaghetti aufgekocht, aber 2 Minuten bevor sie al dente sind, beendet ihr den Kochprozess und gebt rund 5 Kellen von eurem Nudelwasser zu unserer Kürbispüree-Masse hinzu. Die Spaghetti werden jetzt schön mit der Soße vermengt und dann könnt ihr das Ganze nochmal für 2 Minuten aufkochen, aber schaut, dass die Spaghetti nicht nachher zu matschig werden. Und jetzt nur noch anrichten und natürlich dann eure Speckstreifen oder Speckwürfel drüber streuen, genauso etwas Pistazie. Dieses Rezept ist so einfach und schmeckt wirklich sehr gut. Das sind einfach die besten Spaghetti, die ich je gegessen habe. Wirklich, probiert das aus, denn die Kürbissauce macht einfach alles so schön cremig. Und ja, das war es mal wieder für heute. Welche Kürbisrezepte liebst du denn? Schreib es gerne in die Kommentare hinein. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es geht euch allen gut. Bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.